Was tun bei chronischer Bauchspeicheldrüsenentzündung? Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken. Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Patienten beschreiben es so, es sind heftige Schmerzen, sie sitzen im Oberbauch, sie werden nach einiger Zeit immer stärker, sie strahlen aus, gürtelförmig geradezu und in den Rücken hinein. Und die Verdauung, die funktioniert auch nicht mehr so richtig. Es könnte sich um eine Bauchspeicheldrüsenentzündung handeln, eine Pankreatitis und vielleicht ein chronischer Verlauf. Wir sprechen jetzt über die Ursachen der chronischen Pankreatitis und deren Therapie. Bei mir ist Prof. Dr. Ansgar Kromik, er ist Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Visteralchirurgie und Pankreaschirurg am interdisziplinären Pankreaszentrum am Asklepios-Klinikum Harburg. Schön, dass Sie Zeit haben. Ich freue mich. Eine chronische Bauchspeicheldrüsenentzündung, was ist das? Eine chronische Bauchspeicheldrüsenentzündung ist eine sukzessive Entzündung im Bauchspeicheldrüsenkopf, aber auch im Bauchspeicheldrüsen-Schwanz, die über die Zeit, über den chronischen Verlauf zu einer kompletten Zerstörung des eigentlichen Organes führt. Die normalen Zellen in der Bauchspeicheldrüse werden schrittweise umgewandelt in einfaches Bindegewebe, was funktionslos ist und das geht einher mit zahlreichen Symptomen. Ja, und vor allem erstmal diese, die man direkt merkt, diese Schmerzen, die müssen heftig sein, oder? Ja, das können extrem starke Schmerzen sein. Die sind im Oberbauch, wie Sie in Ihrer Anmoderation gesagt haben, oft ausstrahlend in den Rücken. Manche Patienten haben auch überwiegend Rückenschmerzen. Das kann auch einfach ein Erstsymptom sein, Rückenschmerzen. Und die können so stark sein, dass die Patienten wirklich extrem hohe Schmerzmitteldosen brauchen, auch zum Teil morphiumhaltige Schmerzmittel nehmen müssen, um überhaupt durch den Tag zu kommen. Ja, und dann gibt es auch noch die Veränderungen der Verdauung, was man auch wahrscheinlich so sieht. Ja, das ist richtig. Die Bauchspeicheldrüse hat ja zwei Hauptaufgaben. Einmal ist es die Bildung von Verdauungsenzymen. Das ist die sogenannte exokrine Funktion. Das brauchen wir für unsere ganz normale Verdauung, dass die Nahrungsbestandteile, Kohlenhydrate, Eiweiße, Fette, dass die aufgenommen werden. Und wenn man diesen Bauchspeicheldrüsen-Enzym-Mix, die die Bauchspeicheldrüse bildet, nicht mehr hat, dann kriegt man Durchfälle, also eine erhöhte Stuhlfrequenz, sechs bis acht Stuhlgänge pro Tag, manchmal auch fettig und oft auch sehr große Mengen Stuhlgang. Und die Patienten merken es auch, dass sie einfach kein Gewicht mehr aufbauen können. Die kriegen oft auch einen Gewichtsverlust oder haben extreme Schwierigkeiten, ihr Gewicht halten zu können. Einfach, weil die Verdauung nicht bis zum Ende funktioniert. Ja. Und der andere Punkt, die andere wichtige Funktion ist ja die endokrine Funktion, das ist die hormonbildende Funktion. In der Bauchspeicheldrüse wird das Hormon Insulin gebildet, was wichtig ist für die Blutzuckerregulation und daraus kann sich dann ein Diabetes mellitus entwickeln. Also das ist, dass praktisch der Blutzucker überhaupt nicht mehr gut reguliert werden kann. Können Sie uns das erklären, was da genau in der Bauchspeicheldrüse passiert, wenn sie sich entzündet und welche Folgen das hat? Man kann das eigentlich gut an einem Schema erklären, was ich hier Ihnen mal zeigen möchte. Die Bauchspeicheldrüse ist ja ein Organ, was relativ versteckt im Körper sitzt, eigentlich eher näher dem Rücken als dem Bauch ist. Deswegen macht es oft Rückenschmerzen. Liegt hier versteckt zwischen dem Zwölffingerdarm und hier ist der Magen, hier ist die Milch. Die Bauchspeicheldrüse hat einen Kopf und einen Schwanz und die Entzündungen spielen sich meistens im Kopf ab. Die chronische Pankreatitis, wir sagen auch, das ist der Schrittmacher der Entzündung. Und eine chronische Pankreatitis führt zu einer Auftreibung des Pankreaskopfes, zu einer, wir nennen das auch ein Pseudotumor, also das Gewebe schwillt einfach an. Und das kann zum einen dazu führen, dass unterschiedliche Strukturen, die hier durchlaufen, durch den Bauchspeicheldrüsenkopf abgedrückt werden. Zum Beispiel der Gallengang, den man hier sehen kann. Das ist der Gallengang, der fördert das Gallesekret aus der Leber durch den Bauchspeicheldrüsenkopf hindurch in den Zwölffingerdarm. Diese Schwellung wird oft auch noch vergesellschaftet von Verkalkung. Wenn eine Entzündung lange besteht, dann bilden sich in dem eigentlich vorher gesunden Pankreasgewebe auf einmal Verkalkung richtig, auch Steine. Diese Steine können sich auch in dem Bauchspeicheldrüsengang finden. Auch das führt dann zu einem Aufstau des Bauchspeicheldrüsengangs, ein weiteres Gangsystem, was durch den Bauchspeicheldrüsenkopf führt. Und dieser Bauchspeicheldrüsengang, der fördert die ganzen wichtigen Verdauungsenzyme. Und man kann sich vorstellen, wenn der Verdauungssaft gar nicht mehr richtig abfließen kann, dann hat man einen Mangel an Bauchspeicheldrüsenenzymen mit den entsprechenden Symptomen wie Durchfall, Fettstühle, Gewichtsverlust. Ja, und dann ja auch noch Blutgefäße, die da ja auch durchlaufen und die wahrscheinlich auch noch abgedrückt werden können. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der oft auch in der klinischen Praxis etwas übersehen wird. Hier, es laufen in dem Übergangsbereich von Bauchspeicheldrüsenkopf und Rest der Drüse laufen ganz lebenswichtige Blutgefäße zur Leber. Das eine, diese blaue, das ist die sogenannte Fortader, die führt im Prinzip das ganze nährstoffreiche Blut aus unserem Darm, aus der Verdauung nach oben Richtung Leber. Und die Entzündung kann auf diese Vene übergreifen und diese lebenswichtige Vene immer, immer weiter zu machen, zu drücken, bis sie zum Teil richtig für immer verschlossen ist. Und dann ist auch der Punkt erreicht, wo man gar nicht mehr wirklich sinnvoll operieren kann. Und dann können sich hinterher Umgehungskreisläufe bilden und weitere schlimme und auch lebensbedrohliche Folgeerkrankungen können daraus erwachsen. Ja, das ist ja insgesamt eine sehr komplexe und eine schwerwiegende Geschichte. Erstmal vielleicht die Frage, wer kriegt das? Chronische Pankreatitis hat unterschiedliche Ursachen. Die häufigste Ursache ist tatsächlich der chronische Alkoholabusus, also chronischer Alkoholkonsum. Der kann auch zum Teil Jahre zurückliegen. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Auch das Rauchen, Nikotin, ist ein unabhängiger Risikofaktor, der auch die Entstehung einer Bauchspeicheldrüsenentzündung, zum Beispiel durch Alkohol, noch weiter beschleunigen kann. Daneben gibt es noch weitere, etwas seltenere Ursachen, zum Teil auch genetische Ursachen. Es gibt aber auch eine große Gruppe von Patienten, ungefähr 15 bis 20 Prozent, wo man gar nicht genau sagen kann, was eigentlich die Ursache ist. Und dann nennt das der Mediziner immer idiopathisch, also wenn er nicht weiß, was die Ursache ist, sagt er, es ist idiopathisch. Und das ist wirklich auch eine gewisse Patientengruppe, wo man einfach gar nicht genau weiß, warum haben die jetzt so eine chronische Entzündung. Vielleicht kennen wir die wirklichen Ursachen auch noch gar nicht alle. Okay, das heißt also, Alkohol kann dazu beitragen, Nikotin verstärkt es stark, glaube ich, oder? Ja, auf jeden Fall. Eine Verzigfachung, glaube ich, des Risikos. Genau, das Risiko steigt extrem, deswegen, wenn man eine chronische Pankreatitis diagnostiziert bekommen hat, ist auf jeden Fall die erste Maßnahme, aufhören zu rauchen und kein Alkohol mehr trinken, das ist klar. Ja, was kann man denn dann da machen, also wenn es jetzt soweit kommt, oder um Schlimmeres zu verhindern, was könnten Sie tun als Chirurg? Ja, also neben den Basismaßnahmen, Meiden von den Ursachen, kann man natürlich zum Teil Schmerzmittel geben. Das geschieht auch häufig und es können auch Enzympräparate gegeben werden, um die Verdauung zu verbessern. Man kann Insulin geben, aber in vielen Fällen ist die Entzündung, das sehen wir oft schon, so weit fortgeschritten. Und auch die Sekundärphänomene, die Komplikationen sind schon so weit ausgebildet, dass in vielen Fällen eine Operation notwendig wird. Und dann ist das Prinzip, das wir als Chirurgie dann anbieten, dass wir den Pankreaskopf, den Bauchspeicheldrüsenkopf, also diesen Teil als Schrittmacher der Entzündung, entfernen. Das ist eine Operation, die nennt sich Wibbel'sche Operation, wo man den Bauchspeicheldrüsenkopf entfernt, den Zwölffingerdarm, die Gallenblase und die Gallenwege. Das funktioniert in einer Operation, die dauert circa fünf bis sechs Stunden. Diese Organteile werden entfernt und dann muss man letztendlich als Chirurg dann die Anatomie wieder so herstellen, dass im Prinzip alle die wichtigen Säfte, die Verdauungssäfte und auch die Gallesäfte wieder gut abfließen können. Man näht dann eine Dünndarmschlinge auf den Rest von der Bauchspeicheldrüse, dass der Bauchspeicheldrüsen-Saft wieder abfließen kann in den Dünndarm. Auch der Gallensaft, der vielleicht vorher stark gestaut war, kann wieder aus der Leber gebildet in den Darm fließen. Und hier unten kommt wieder der Magen ran und dann haben wir in diesem Punkt eigentlich wieder alles, was wir für eine Verdauung brauchen, nämlich die Nahrung aus dem Magen plus die beiden Säfte, nämlich Bauchspeicheldrüsen-Saft und Gallensaft. Das ist diese Wibbel'sche Operation. Ist die gefährlich? Das ist schon sicherlich einer der größten Eingriffe in meinem Fachgebiet in der Bauchchirurgie und es ist sicherlich vergleichbar mit einer Herzoperation. Aber natürlich in geübten Händen und in Zentren, wo das häufig durchgeführt wird, sind die Komplikationsraten nicht sehr hoch. Aber natürlich muss man immer wieder individuell betrachten, braucht der Patient wirklich diese Operation? Wir tun uns da auch nicht immer leicht, sondern wir beobachten zum Teil die Patienten in unseren Sprechstunden über einen gewissen Zeitraum und gucken, kommen wir nicht doch mit internistischen und medikamentösen Therapien. Ein Stück weit können wir da nicht schon eine gewisse Strecke gehen, aber wenn die Schmerzen unerträglich werden, manchmal auch in manchen Fällen auch sogar ein Tumorverdacht im Bauchspeicheldrüsenkopf entsteht. Auch das ist eine Indikation dann. Ist das auf jeden Fall ein Grund, wo wir sagen, jetzt müssen wir wirklich diese Operation machen. Ja, ich glaube auch, man ist ja definitiv krank, egal wodurch das entstanden ist. Also auch egal durch welches Verhalten von einem selbst das ja entstanden ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich immer wieder auch sehe, dass Patienten wirklich auch zu Unrecht stigmatisiert werden. Denn die Diagnose chronische Pankreatitis, das schwingt bei ganz vielen Menschen immer mit, die muss ja auf jeden Fall durch Alkohol entstanden sein, der hat bestimmt unheimlich viel Alkoholmissbrauch betrieben. Und erstens ist das gar nicht immer der Fall, denn ich habe ja am Anfang erwähnt, es gibt auch einen gewissen Prozentsatz an Patienten, wo das ganz ohne Alkohol einfach auch entstehen kann. Das heißt, die werden ganz zu Unrecht sozusagen stigmatisiert. Und auch Patienten, die vielleicht in ihrer Jugend oder in einer früheren Phase ihres Lebens mal einen Alkoholmissbrauch betrieben haben und jetzt trocken sind. Natürlich brauchen die unsere Unterstützung und denen muss geholfen werden. Und da sehe ich ganz oft, dass die wirklich darunter leiden, dass immer diese Diagnose steht, mit ethyltoxischer Pankreatitis und das schafft manchmal auch so einen therapeutischen Nihilismus, dass dann gesagt wird, naja, der hat ja selber Schuld und dazu darf es nicht kommen. Deswegen, die Patienten muss man natürlich ernst nehmen, man darf nicht über sie richten, man muss sie wie jeden Patienten ernsthaft behandeln. Ja, genau. Wenn die Operation passiert ist und es verheilt gut, was kommt dann für mich danach? Denn ich bin ja nicht mehr so ganz jetzt dann. Man ist nicht mehr, man ist sicherlich etwas, man hat sicherlich einen Eingriff hinter sich. Man ist circa 10 bis 14 Tage im Krankenhaus, das sind so die Durchschnittswerte. Man muss am Anfang sicherlich aufpassen, dass man etwas kleinere Mahlzeiten einnimmt. Man kann sich vorstellen, die Anatomie ist ja jetzt umgestellt, da kann man nicht gleich eine riesengroße Mahlzeit reinfüllen. Das sind erst mal fünf, sechs kleine Mahlzeiten. Viele Patienten bekommen von uns am Anfang zur Unterstützung Bauchspeicheldrüsenkapseln verschrieben. Viele Patienten hatten das auch schon vor der Operation, aber auch nach der Operation wollen wir auf jeden Fall dafür sorgen, dass genug Bauchspeicheldrüsenenzyme wirklich hier im Magen-Darm-Trakt landen für die Verdauung. Dazu gehört auch eine Ernährungsberatung, die wir unseren Patienten anbieten, dass sie genau wissen, wann sie diese Kapseln einnehmen, was sie essen, was sie essen dürfen. Im Prinzip darf man alles essen, aber es kommt natürlich auf die Dosierung von diesen Kapseln an. Und wenn sich eine Zuckerkrankheit gebildet hat, muss man auch darauf eingehen mit einer speziellen Diabetesberatung. Das ist nämlich ein besonderer Zucker, eine besondere Zuckererkrankung, ein sogenannter Typ-3-Diabetes, der in manchen Fällen nicht ganz so leicht einzustellen ist, dem man sich das wünscht. Ist das der Vorteil dieses interdisziplinären Zentrums, das Sie bilden, dass ich diese Versorgung habe? Das ist sicherlich so, dass wir wirklich alle diese Möglichkeiten bei uns mit an Bord haben in unserer Klinik, die Gastroenterologie mit Herrn Dr. Benden, meinem Chefarztkollegen in der Inneren. Auch eine ganz tolle Ernährungsberatung, Diabetesberatung, Psychoonkologie, wenn es vielleicht doch mal ein bösartiger Tumor ist. Aber auch die Dinge, die eine Rolle spielen für das Wohlergehen eines Patienten nach so einer großen Operation, eine extrem gute Intensivtherapie und Narkoseabteilung. Also das ist alles ein Krankheitsbild und das sind auch Eingriffe, die man wirklich nur in einem richtig guten Team machen kann, wo jeder weiß, was zu tun ist. Und wo wirklich 24 Stunden, 7 Tage die Woche immer auch eine Expertise am Krankenbett da ist. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Danke. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund. Werden Sie gesund. Werden Sie gesund. Luca Kleines.